One day. One day is not enough. One day. Well, if this happens only once. One day is not enough. One day is not enough for us. Servus, wir sind's wieder. Heute dreht sich alles um Familie, Kids und Spaß. Der Schiedsjerkus bietet ja viele Übungswiesen, Anfängerbisten und Familienabfahrten. Ja, und geübte Kids wie unsere tummeln sich gerne auf den Snowtrails und den Funparks. Und ich glaube, die schauen wir uns jetzt mal an, oder Kinder? Yeah, hauen los! Ja, hauen los! Habt ihr Bock auf den Ultima-Dien-Snowtray? Yeah! Ja, Spaß, ja, was haben wir denn für Möglichkeiten, dass die Kinder vielleicht ein bisschen mehr Spaß haben als mit uns alten Hasen? Ja, es gibt im Skizirkus eine große Auswahl an Skischulen, die Kinder, Areale und Skischulen anbieten. Und da machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Los geht's! Ab geht's! Schau mal, da unten gibt's ja die Rennstrecke. Sollen wir den Wettkampf draus machen? Ja, ich ging die und die. Der Luki ging die da nicht. Wir zwei kriegen auch. Nein, nein, wir zwei. Wer hat jetzt gewungen? Wir! Wir sind jetzt da bei der Skischule Snow entfahren und der Harry Wolf ist bei uns. Ja, was ist grüß, hab ich dir auch. Freut mich. Der Harry erzählt uns jetzt ein bisschen was, was die mit den Kindern unternehmen, wenn die Eltern einmal, ja, allein Skifahren gehen wollen. Ja, hallo, grüß euch. Hallo. Freut mich, dass du das jetzt. Bei uns kommen die Kinder, je nach Können und je nach sportlicher Eigenschaft zu uns bringen, geben die Kinder bei uns ab, um 10 Uhr in der Früh bei uns am Sammelplatz. Die werden von uns bestens versorgt von gut ausgebildeten Skilehrern und werden den ganzen Tag lernen sehr viel, werden sehr gut versorgt. Wir haben eine Mittagsbetreuung. Mittagsbetreuung, das ist unser Stichwort. Die zwei würden wir die gerne hier lassen und wir genießen einfach mal das Skigebiet. Ja, die Kids haben wir unten im Tag bei einer der zahlreichen Skischulen abgegeben und ich denke mal, dass sie einiges dazulernen werden auch. Und das ist gut für uns, weil wir können jetzt quasi den Tag genießen und schauen mal, was die Pisten hergeben, oder? Fahr mal! So, jetzt haben wir die Kids wieder abgeholt und damit wir die Zeit zum Nachtschiffahren noch überbrücken, haben wir uns gedacht, wir gehen rodeln. Ja, rodeln, mein Freund, freut ihr euch ein bisschen mehr, oder? Ich schon! Und ihr werdet sehen, rodeln ist für klein und groß, aber auch mega lustig. Bis gleich! Jawoll! Und groß! Rodeln ist einfach so lustig und so lässig, also wirklich jedem zu empfehlen. Und es gibt nicht nur die Rodelbahn in Saalbach-Hintergleim, es gibt im ganzen Skizirkus, also in Saalfelden-Leogang, in Fiberbrunn, auch die Rodelbahn. Also nutzt es aus, echt lustig! Ja, wir machen uns jetzt dann auf den Weg zur Flutlichtpisten und nutzen das noch aus. Jonas, und im nächsten Film-Service da ist? Tschüss! Jawoll! Tschau! Wir machen uns rein! Wir sind ja auch alle Nachrichten. Wir machen uns da ein paar Leute, alle Gemeinden! Wir machen uns da! Wir machen uns auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017